Hi, ich grüße euch zu einem neuen Trading Signal powered by Trading Central. Heute geht es um Fuchs Petrolop, einer oder weltweit größten Schmierstoffhersteller aus Monnemannheim. Und hier geht es um ein Long Signal von Trading Central. Wir haben die 3440 überwunden, das hat neue Kaufsignale getriggert mit neuen Kaufzielen bei 42 und 45 Euro. Aber alternativ, dieses Long Signal verliert seine Validierung oder seine Gültigkeit, wenn wir unterhalb der 3440 schließen. Bedeutet, man würde dann hier neue Abwärtsbewegungen erwarten mit Kurszielen Bereich 32,75 und 29,50. Technisch sehen wir hier, der RSI ist bullig und verlangt nach einer weiteren Aufwärtsbewegung. Bedeutet, er bestätigt hier den aktuell vorherrschenden Trend und könnte durchaus für weitere positive Impulse sprechen. Dann sehen wir hier nochmal aus charttechnischer Sicht, befinden wir uns in so einer Fortsetzungsformation. Eigentlich würde ich eher sagen in so einem leichten Keil, der durchaus bei diesem Ausbruch über 39,10, was wir hier schon gesehen haben, eine mögliche Trendfortsetzung erahnen könnte. Und dieses Szenario könnte durchaus im weiteren Verlauf neue Impulse mitbringen, wenn wir wie gesagt den RSI weiterhin in diesem Trend erhalten und der Ausbruch aus diesem Keil oder dieser Fortsetzungsformation durchaus auch noch weiterhin aufrechterhalten wird. Schauen wir aber jetzt auch mal auf die Aktie. Wir können natürlich die Ease nutzen, die wir in dem Trading Signal Newsletter erhalten, also in dieser E-Mail, die wir erhalten. Da können wir einfach die Ease nehmen natürlich in unserer Suchfunktion eingeben und dann können wir hier auch, sie da einen Faktoroptionsschein auf die Fuchs, SE Fuchs Petrolup dann auswählen. Genau diesen Faktoroptionsschein, der hier auch von Trading Signal empfohlen wurde. Wir schauen uns aber jetzt auch noch mal gemeinsam die Chartanalyse zu dem Wert an. Einen Moment. So. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr jetzt euch fragt, wo kriege ich denn diese Trading Signale? Ja, das ist ein Newsletter, kostenfreier bei IG. Unten in der Beschreibung könnt ihr euch für diesen kostenfreien Newsletter anmelden. Dann kriegt ihr immer, wenn Trading Central ein neues Trading Signal veröffentlicht, dieses direkt in euer E-Mail-Postfach. Vergisst auch nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn wenn ein neues Signal veröffentlicht wird von Trading Central, mache ich gerne mal ein Video dazu und interpretiere dieses Signal für euch, sodass wir da gerne gemeinsam auch drüber diskutieren können. Nutzt die Kommentarfunktion unten, um auch Feedback zu den Signalen mir zu geben und gerne auch eure Wünsche und Anregungen. Wir sehen jetzt hier im Chart nochmal abgebildet, diese leichte, keilformige Formation. Ausbruch ist geglückt, hat uns eigentlich neue Impulse mitgebracht. Und siehe da, long, nee, erstmal gar nicht. Wir sehen hier eher eine Rückkehrbewegung. Heute hat die Aktie auch schon mal fast 3% zurückgegeben. Ja, jetzt stellt sich die Frage, ich meine, ich nutze den RSI natürlich nicht wie gewöhnlich. Ihr wisst es, die, die immer meine Ideen, meine Ansätze verfolgen, hier die Videos sich anschauen. Ich nutze eine Grenzschwelle bei 48,5 auf 34 Perioden im RSI. Liegen wir drüber, bin ich positiv bestimmt. Liegen wir drunter, bin ich eher negativ bestimmt. Was sehen wir? Ja, wir liegen überhalb der 48,5. Auch wenn wir jetzt diese Rückkehrbewegung machen, liegen wir weiterhin drüber, haben nicht mal die Schwelle jetzt getestet. Zeigt, könnte ein Indiz dafür sein, dass das hier nur eine Pullbackbewegung im Aufwärtstrend ist. Wenn wir jetzt hier zumindest oberhalb der 37,26 bleiben, kann genau hier dieser Ausbruch, Rückkehrbewegung, um dann, wenn wir hier halten, neues Momentum mit sich zu bringen und den vorherrschenden Aufwärtstrend eigentlich weiter fortzusetzen. 41, 42, so dieser Bereich ist mein eigentlich nächstes Kursziel, wenn wir, wie gesagt, in diesem Bereich halten. Ansonsten, klar, wir sehen die gleitenden Durchschnitte, ziehen langsam nach oben, fallen hier mit dem monatlichen Pw-Punkt zusammen. Also ganz wichtig, dass wir zumindest nicht hier tiefer fallen. Und man könnte jetzt sagen, ja, dieses Long-Signal, okay, ist jetzt nicht sofort eingetroffen, aber ich arbeite mit Limit-Orders natürlich. Das heißt, ich würde jetzt sagen, alles klar, ich positioniere mich zum Beispiel mit einer Limit-Order im Bereich 37,30, um, falls der Kurs jetzt nochmal hier ein bisschen fällt, aber hier eine Unterstützung findet, dieses neue Aufwärtsmomentum mitnehmen zu können und dieses Signal an der Oberseite zu antizipieren, wäre eine Möglichkeit. Wie gesagt, dafür würde ich aber jetzt erstmal darauf abwarten, dass wir hier diesen Pw-Punkt halten, also mit einer Limit-Order zum Beispiel, mich dann hier positioniere in diesem Bereich, um ein neues Momentum dann mitzunehmen. Übergeordnet sehe ich jetzt durchaus eine positive Tendenz, ähnlich wie Trading Central. Wenn wir uns saisonale Muster mal anschauen und uns fragen, was für eine Kursentwicklung sehen wir historisch, zum Beispiel im letzten Quartal, November, Dezember, besser gesagt, bei der Fuchs-Petro-Loop, und da sehen wir eine positive Tendenz. Und das heißt, auch die Saisonalität, könnte man noch hier hinzufügen, bestätigt das. Saisonalität ist ein Kann, aber kein Muss. Bestätigt jetzt nur im Gesamtpaket mit diesem Aufwärtstrend, mit der charttechnischen Ausgangslage, dieses Signal von Trading Central. Ja, das dazu. Fuchs-Petro-Loop Long mit Faktor-Options-Schein haben wir jetzt hier vorgestellt. Werden wir natürlich im weiteren Verlauf uns auch anschauen. Ich werde demnächst auch mal alle Trading-Signale noch mal auf die Lupe nehmen. Wo stehen wir jetzt? Wie sind diese ausgefallen? Positiv, negativ? Das erwartet euch auch demnächst. Also wenn ihr da auch Interesse habt, gerne noch mal ein Feedback dazu geben. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bedanke ich mich und wünsche euch natürlich bleibt gesund und viel Erfolg beim Trading. Bis dann. Ciao.